Ja, Pferdchen, 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 Pferdchen. Oh, da kommt ein Asteroid runter, da ist ein Drache. Oh, machen geht aber nicht. So, aber hier können wir uns doch jetzt theoretisch mal mit dem Feuerstab ein paar Schäfchen killen, oder? Ja, wunderbar, mit dem Ding treff mal wenigstens mal. Sinkt zwar unser Mana ganz schön, aber was willst du machen, ne? Sack, Steine abbauen, bis du Feuer, Magie, Level 2 hast. Ah, okay, und nochmal Level Up Fokus brauchen wir, und wir könnten auch mal Mana gebrauchen, okay. Sehr gut. Ist das stark? Jep. Trifft. Und macht gute 42 Schaden. Schwert 28, circa. Oh, ist eine brauchbare Attacke, würde ich mal behaupten. So, Schaf abbauen läuft auch nicht so geil. Ach, ajee. Warum sinkt unser Leben? Und was können wir machen, um unseren Fokus wieder hochzuholen? Was können wir da jetzt echt irgendwie nochmal Pflanzen sammeln, so schnell es geht? Oha. Da ist gerade ein Drache neben uns gelandet. Geil, der erste Drache. Das ist ja cool. Aber irgendwie treffe ich selbst mit dem Schwert die Büschel nicht mehr, Alter. Das ist doch elend. So kann man doch nicht spielen. Also man merkt definitiv, das Spiel ist noch in einer Early-Access-Phase. Da funktioniert halt alles noch nicht ganz so gut. Merkt man leider doch relativ deutlich. Wie, da ist so ein grüner Stein. Den können wir doch, glaube ich, looten. So eine Art Airdrop. Oh, Retriers Survivor Level 15 zum Öffnen. Das ist natürlich doof. Wir brauchen echt mehr von diesen Blümchen, ne? Es zieht uns permanent Leben ab, solange wir keinen Fokus haben. Irgendwie höre ich das Gefühl, dass wir da einen krassen Bug drin haben. Der Fokus sinkt sofort wieder runter. Und ich weiß nicht, warum. Ach, wahrscheinlich, weil wir müde sind. Ich weiß nicht, warum. Wollten wir nur mal ganz kurz gucken, ob es funktioniert und wir sterben gleich. Kann ich Taming-Skillen? Das würde mich auch mal interessieren. Und warum hört mein Fokus nicht auf zu sinken? Ich habe einen Plan, warum mein Fokus nicht aufhört zu sinken. Oh, ich sterbe gleich. Komm schon, können wir wenigstens das Pferdchen hier noch an die Treppe, an die Brücke stellen? Der sinkt durchgehend wie Essen, Trinken und Schlafen. Verdammt. Ja, schade. Gucken wir mal, ob unser Pferdchen wenigstens auf uns wartet. Ob es so nett ist. Verdammt. N-E-V-V Stammspieler. Okay. Jo, da steht unser Pferdchen. Und da müssen wir schnell unser Loot holen. Wenn wir das nicht verlieren wollen. Ähm, take all. Sehr gut. Gut. Dann haben wir das. Und das. Und das. Und das. Okay. Wie machen wir jetzt weiter? Das mit dem Earn Gold funktioniert ja nicht. Dadurch bekommen wir auch keine neuen, ähm, Missionen. Das ist natürlich doof. Und bauen und craften können wir hier auch noch nicht so wirklich, ne? Wir können zwar kochen. Magical Firewall. Geil. Top of the stuff. Okay. Aber man kann immer nur eine Magie gleichzeitig ausgerüstet haben, so wie es aussieht. Schade. Yeah, yeah, schade. So. Ich weiß nicht, ob wir mal probieren irgendwie Sedgework, ähm, zu skillen. Kann ja mal so ein bisschen in den Wald rein, äh, reinreiten. Gucken, was hier so los ist. Geil. Hier sind auf jeden Fall Genuss am Start. Ui, ui, ui. Hier geht's tief runter. Ja, wow, aber hier ist doch hübsch. Hier könnte man auch versuchen, sich dann mal irgendwie eine Base oder sowas aufzubauen, ne? So, hier so. Geil. Ja, hier gefällt's mir. Ist nun in der Nähe vom Wasser. Okay, da unten ist Wasser. So, da kommen wir dann aber... Oh, Pferdchen, was geht denn? Da kommen wir dann wahrscheinlich nicht so gut wieder hoch und runter, ne? Vorbei, doch, das geht sogar. Ja, komm, wir erkunden einfach mal hier ein bisschen die Umgebung. Das sieht aus wie so ein Langhorn. Da ist wieder so ein Viverino. Ja, aber doch, hier so in der Gegend würde ich schon ganz gerne bauen. Und da ist anscheinend ein Goblin. Goblin. Goblin, Rino. Uh. Du musst gar nicht probieren, Freundchen. Ich weiß nicht, die kommen wahrscheinlich nicht im Einzelpack, ne? Aber süß hat er ausgesehen. Voll süß. Okay. Also ich finde die Tiere und so sehen schon echt geil aus. So, wir craften uns jetzt mal dumm und dusselig. Bis wir hier aus Satch was bauen können. Genau, da haben wir nämlich Satchwork 1. Sehr geil. Damit können wir uns jetzt Satchfoundations craften. Sehr gut. Und direkt Satchwork 2. Das läuft. Satchwork 3. Können wir eine Tür bauen. Ein Türrahmen. Ja, cool. Wir kloppen hier einfach mal weiter rauf. So wie es aussieht steigt ja auch Survival und Range. Ist auch nicht verkehrt. Siehste, haben wir Range Level 1. Können wir Shuriken bauen. Und ein Speer. Na wunderbar. So, da haben wir doch jetzt hier 4 Satchfoundations. Machen wir mal 6 draus. Werden wir hier gerade angegriffen. Ne, da fliegt nur der Drache über uns. Was ich relativ gruselig finde. Okay, wo waren jetzt die Satchfoundations? Da würde ich ganz gerne noch 2 Stück vom Bauern. Was fehlt uns? Ach, Heu und Holz. Okay. Ist kein Problem. Falsches Skill. Holz kriegen wir auf jeden Fall. Und Stroh haben wir, glaube ich, mehr als genug. Und jetzt kriegen wir auch mal Äpfel raus aus den Bäumen oder was? Ist ja klar. Okay, dann zeig mal her hier. Ich wollte nochmal Satchfoundation. Genau, Stroh brauchen wir noch. Ah, wir sind ein bisschen überladen. Ein ganz kleines bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Genau, hier haben wir nämlich Stroh drin. Dann können wir uns davon nochmal 2 herstellen. Davon eine. Davon eine. Und davon craften wir uns auch mal ein paar. Und leveln direkt ein Stück auf. Sehr gut. So, das nutzen wir hier einfach mal als Baumenü. Gott, wir sind viel zu überladen. Das geht ja gar nicht. Okay. Welcher Knopf war das? Der hier. Okay, er ist obstructed, obstructed, obstructed. Das ist natürlich nicht so geil. Da funktioniert es. Dann sehen wir nämlich mal zu. Dass wir uns hier eine kleine Hütte hinbauen. Zumindest so eine 2x3 Hütte. Sehr gut. Dann da packen wir die Tür hin. Mal, dass wir jedes ganz Buschzeug wegbekommen. Alter, irgendwie macht der Drache mir ein bisschen Sorgen, ne? Nicht, dass der uns hier angreift. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht ganz so geil. Ach, die haben automatisch Fenster, die Wände. Das wäre lustig. Cool. So, ist doch ein bisschen größer geworden als erwartet. Das heißt, wir können aber noch ein paar mehr Wände gebrauchen. Okay, eine könnte ich noch brauchen. Äh, das ist nicht genug. Okay. Aber das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus, oder? Guck mal. Wir haben jetzt hier eine kleine Hütte, eine geschlossene. Wir haben hier unser Pferdchen stehen. Ist doch super. Zu der Seite sind wir halbwegs abgesichert. Das heißt, wir müssen uns nur hier so nach vorne weg verteidigen. Ja, finde ich echt ganz gut. So, wo ist er denn? Wie hieß er? Basti, ne? Ich habe mal angefangen, eine Hütte zu bauen. Na, wäre super, wenn er auch mit dazu kommt. Und dann basteln wir uns hier mal was schnettet. Okay, schöne Büsche absammeln. Okay, das Geräusch gerade klang nicht so gut. Na, gefällt mir nicht das Geräusch. Oh, was ist denn das? Lol. Hier gibt es ja so eine Dings. Aber wie heißen die denn? Die Pferdemenschen. Ich habe keine Ahnung, wie die gerade heißen. Ich hoffe, der greift uns nicht an und wir werden ein bisschen sehr doof. So, wir können uns hier mal einen Campfire craften. Hier ist das Item. Das stellen wir uns mal hier draußen hin. Ein bisschen abseits der Tür. Da können wir dann Fleisch und sowas dran braten. Okay, was brauchen wir, um weiterzubauen? Für die Wände fehlt uns. Holz haben wir. Heu haben wir. Ach, jetzt fehlen uns wieder diese komischen Dingsfasern. Trich hat diese, die Stadt das haben mehr daolin. Dann haben die Schein Independencefasern auch irgendwie einen SanANDin Ruß oder troll gelocht von kalt. G desert ein.